Oh, hey, tut mir leid. Ich nehme mir gerade ein paar fette Tracks auf und habe euch nicht gesehen. Aber nachdem ihr meinen krassen Flow sowieso unterbrochen habt, erzähle ich euch was zu meinem neuen Film. The Lego Batman Movie. Drehbuch, Regie, Sound, Choreografie und perfektes Speedboxing sind mein Werk, weil ich Batman bin. In meiner Freizeit habe ich auch noch diesen Trailer zusammengeschnitten mit einigen meiner besten Heldenmomente und geistreichen Sprüche. Also viel Spaß. Batman raus. Halt, halt, halt. Batman wieder rein. Ich muss noch das Mikro fallen lassen. Hey Puderchen, ich bin zu Hause. Willkommen zu Hause, Sir. Spiele Bad Cave Musik. Und, ist heute irgendetwas Spannendes passiert? Ich habe wieder die Stadt gerettet. War der pure Wahnsinn. Egal, sollte mir besser was zu futtern reinziehen. Alfred hat ihren Hummer Thermidor in den Kühlschrank gestellt. Oh, den er sich am liebsten, kann's gar nicht erwarten. Nicht 20 Minuten. Dämlich. Ich habe das heute verdient. Heute habe ich's verdient. Und. Ich habe das heute verdient. Ich habe das heute verdient. çasstucht. Untertitelung des ZDF, 2020